Hallo zusammen! Wie kann man nur so einen kleinen süßen Hund aussetzen und ihn in den Straßen von Los Angeles seinem Schicksal überlassen? Über alles verängstigt blieb ihm nichts anderes übrig, als mit Hoffnung im Herzen herumzuhören und jemanden zu finden, der sich sein kleines klägliches Leben annimmt. Das Glück meinte es gut mit dem kleinen Welpen und er konnte mit seinem Charme zwei Polizisten für sich gewinnen, die gerade auf Streife waren. Nicht jedes ausgesetzte Haustier kommt in den Genuss, von der Güte des Schicksals zu profitieren. Wie der Zufall es wollte, waren die beiden Polizeibeamten Mercado und Taverna auf dem Hobart Boulevard auf Streife. Sie sahen den braunen kleinen Welpen, der auf der Straße hilflos hin und her dribbelte. Dem beiden Polizisten wurde schnell klar, dass der kleine Hund in großen Schwierigkeiten sein musste. Als der Welpe sich den beiden Beamten näherte, sahen sie ein flehendes Bitten in den Augen des Tieres. Und wer kann einem verlorenen Geschöpf wie diesem dem Rücken zudrehen und ihm die lebensrettende Hilfe verweigern? Ist es nicht skrupellos und brutal, so ein kleines Tierchen auszusetzen, das nicht in der Lage ist, allein in einer unberechenbaren Großstadt zu überleben? Der Welpe wusste instinktiv, dass er in einer großen Gefahr war. Er war dermaßen verzweifelt, jemanden zu finden, der ihm liebevolle Aufmerksamkeit schenkt und ihm beschützt, dass er dem Beamten Mercado und Taverna unaufhaltsam folgte. Die beiden konnten nicht anders und mussten schon aus moralischen Gründen den Kleinen in Gewahrsam nehmen. Taverna und Mercado haben sich entschlossen, dem Kleinen zu helfen und ihn auf dem Revier ihren Kollegen vorzustellen. Sie haben ihm gleich einen Namen gegeben. Sie nannten ihn Horvath. Dies ist der Name der Straße, wo sie ihn fanden. Aufmerksamkeit und offene Arme kamen nun Horvaths Leben zuteil. Er war überglücklich, dass jemand da war, der ihm seine Zuneigung gab. Wusste er vielleicht, dass die beiden ihm das Leben gerettet hatten? Die beiden Polizisten waren so begeistert von dem süßen Hund, dass sie ihn zum Ehrenmitglied der polizeilichen Hundestaffel von Los Angeles machten. Mercado hat Horvath zu sich genommen und liebte ihn als sein Herrschen. Ob der Welpe eines Tages im polizeilichen Dienst mithilft, kriminelle Handlungen aufzuklären und Verbrecher zu entlarven, wird die Zukunft zeigen. Ganz unabhängig davon, ob er erfolgreich Karriere bei der Polizei macht, hat für ihn ein neues Leben begonnen. Die Geschichte des kleinen Hundes beschreibt eine Situation, die einmalig ist und doch immer wieder im Leben vorkommt. Horvath kann jetzt in einer besseren Zukunft auf ein gesundes und munteres Leben hoffen. So Freunde, was haltet ihr die davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder. Das war's für heute, vielen Dank.